3. Atommülltransport erwartet, Nicarvistheim, Klage sinnlos. Die Gemeinde Nicarvistheim will im Zwischenlager nicht auch noch Atommüll aus anderen Kraftwerken. Juristisch sieht die Kommune die Mittel aber ausgeschöpft. Vermutlich schon an diesem Mittwoch kommen weitere ausgediente Brennelemente per Spezialschiff aus Obreichheim. Im Streit um Atommülltransporte auf dem Nicarvill die Gemeinde Nicarvistheim nach einer erneuten juristischen Niederlage in der Sache nicht mehr vor Gericht ziehen. Wir haben alle sinnvollen und vertretbaren Mittel ausgeschöpft, sagte Bürgermeister Jochen Wenkler am Dienstag. Eine weitere Klage habe wenig Aussicht, die Beförderung des hochradioaktiven Mülls auf dem Fluss ins Zwischenlager Nicarvistheim zu stoppen. Auch zeitlich würde das kaum mehr hinhauen, sagte Wenkler. Atomkraftgegner gehen davon aus, dass der nächste Transport ausgedienter Brennelemente von Obreichheim nach Nicarvistheim bereits an diesem Mittwoch erfolgt. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, OCH, hatte Ende September die Sicherheitsbedenken von Nicarvistheim gegen die Beförderung ausgedienter Brennelemente per Spezialschiff abgelehnt. Je drei Kästen mit ausgedienten Brennelementen waren bereits in zwei Fahrten im Juni und im September ins Zwischenlager gebracht worden. Mittelfristig sind drei weitere Transporte mit je drei Behältern geplant. Insgesamt sollen 342 ausgediente Brennelemente in das etwa 50 Kilometer entfernte Zwischenlager gebracht werden. Bürgermeister Wenkler forderte eine schnelle Suche nach dem geplanten Entlager für Atommüll. Schon jetzt gäbe es Befürchtungen bei Kommunen, dass die Zwischenlager länger betrieben werden müssten als geplant, sagte der parteilose Politiker. Gegner planen Mahnwache in Gundelsheim Die Termine der Transporte teilt der Energieversorger entnicht verab mit. AKW-Gegner halten die Beförderung der ausgedienten Brennelemente über etwa 50 Kilometer auf einem Fluss verriskant. Bei seinen bisherigen beiden Fahrten wurde der Schubverband von einem großen Polizeiaufgebot begleitet. AKW-Gegner gingen davon aus, dass die drei Kästen mit Atommüll am Dienstag auf das Schiff gebracht wurden. Sollte der Transport an diesem Mittwoch erfolgen, wollen sie mit einer Mahnwache in Gundelsheim protestieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017